Einst aus der verborgenen Welt verbannt, weil sie einem Sterblichen ihre wahre Natur preisgaben, leben sie direkt unter uns, die Feenwesen. Doch die Welt der Menschen ist ein gefährlicher Ort für Feen, voller Dunkeleiben, die sich an deren Magie bereichern wollen. Lunde ist die letzte Lichterfee Londons, weshalb Nibelung, der König der Dunkeleiben, nur noch nach ihr sucht. Er braucht ihre Zauberkraft, um in die verborgene Welt einzufallen und den Feenherrscher zu stürzen. Lundes einzige Hoffnung ist es, die wahre Liebe unter den Sterblichen zu finden. Nur sie kann ihre Verbannung aufheben. Doch kann sie nach allem, was geschehen ist, erneut einem Menschen vertrauen? Das neue Buch von Claudia Ruhmes aus dem Verlagshaus El Gato. Feenzauber. Ab September 2016. Untertitelung des ZDF für funk, 2017. Nachmittau – Eis